Guten Morgen meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD Wiesenrader am Dienstag, dem 20. Dezember. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir befinden uns auf der Zielgeraten in diesem Jahr und dennoch haben wir das ein oder andere Setup, was ich Ihnen jetzt hier über die Tage mal vorstellen will. Und zwar, Sie werden es ja in der Headline schon gelesen haben, es geht ein bisschen um die Exotics. Wir haben heute hier Euro-Neuseeland-Dollar und British Fund-Neuseeland-Dollar im Fokus. Neuseeland-Dollar vor dem Hintergrund, ich habe Ihnen hier mal das Major-Pair, den Kiwi, in der Saisonalität angezeigt, im Saisonalitätsindikator. Und was sehen wir hier? Der Kiwi, also der Neuseeland-Dollar, grundsätzlich gegenüber dem US-Dollar hier mit einer starken Bewegung, mit einer starken saisonalen Impulsbewegung nach oben. Und dies, wenn denn die Währung Neuseeland-Dollar stark ist, dürfte, sollte sich auch hier auf die Währungspaare entsprechend auswirken, die dann hier in Neuseeland-Dollar gehandelt werden. Und genau so ist es auch, denn wenn wir uns mal hier die Seasonal Stats anschauen, da will ich Ihnen heute eben den Euro-Neuseeland-Dollar vorstellen. Und das britische Fund gegenüber dem Neuseeland-Dollar, einmal ein Setup, was bis ins nächste Jahr reicht, 10.01. und ein Setup, was hier in Anführungszeichen nur bis zum 26.12. reicht. Und das sind im Prinzip die zwei Währungspaare, die wir uns jetzt mal hier genauer anschauen. Ganz kurz, britisch Fund Neuseeland-Dollar hatte ich schon am 14.12. im Fokus. Auch hier gab es ein saisonales Muster. Natürlich können Sie sich die Muster überkreuzen und wiederholen. Hier am 14.12. praktisch das Setting dazu. Auch hier mit einer Trefferquote von rund 79%. In den letzten 19 Jahren gab es 15 Erfolge. Das Video, wie gesagt, können Sie auf YouTube bzw. auf dem JFD-Desktop hier nachträglich nochmal anschauen. Und da ging es eben hier um die Idee, dass der Bereich um 1,77 bereits als Widerstand fungieren könnte. Wir sehen, hier gab es eine starke Momentumskerze am 26.12. 1,77 überrannt, aber hier praktisch die Risiko-Chance-Parameter. Und auch hier dieses Widerstandslevel um 1,7950 ist noch allgegenwärtig. Und da hat sich das Währungspaar auch den Kopf gestoßen. Und mit dem aktuellen Setting, das schauen wir uns dann, wie gesagt, gleich zum Abschluss haben, haben wir praktisch hier saisonal noch einen kurzfristigen Move nach unten zu erwarten, der von diesem Widerstandslevel ausgehend so rum durchaus interessant sein würde. Doch schauen wir jetzt erstmal auf den Neuseeland-Dollar gegenüber dem Euro gegenüber dem Neuseeland-Dollar so rum. Wir haben hier einen schönen Abwärtsimpuls, der sich ganz klar definieren lässt. Da sind wir auch aktuell schon an einer Trendlinie angekommen, die sozusagen hier bereits für Abwärtsdruck sorgen könnte. Zudem haben wir hier einen Horizontal-Widerstandsbereich, wo das Währungspaar gerade reingelaufen ist. Und das mit dem saisonalen Kombinationsfaktor sehr, sehr interessant, sodass es hier mit dem heutigen Schlusspreis, also wenn wir hier heute nicht ausbrechen, nach oben, durchaus nach unten gehen könnte. Und wie wir gesagt haben, das ist ein längeres Setup. Bis zum 10.01. geht das. Machen wir mal da den Horizontal-Vertical-Linienstrich hin, um praktisch das Datum zu definieren. Und dann können wir mal schauen, was der Euro gegenüber dem Neuseeland-Dollar so zu bieten hat. Hier haben wir eine Quote von knapp 78%, 18 Handelsjahre, 14 Jahre mit Erfolg, 4 Jahre sozusagen mit dem Misserfolg gekrönt. Aber generell hier ein statistisch vorteilhafter Bias. Zuletzt hatten wir im Jahr 2015 ein Dip-Jahr. Sie sehen es, ein relativ schwaches Jahr, ähnlich wie hier zum Anfängen der 2000er. Grundsätzlich aber in der Saisonalität gesprochen nicht häufig, dass zweimal hintereinander ein Verlustjahr folgt. Gibt es natürlich, aber nicht häufig. Insofern ein ganz interessantes Setting. Gut, durchschnittlicher Gewinn, 406 Pips. In den knapp 15 Handelstagen sind es, beziehungsweise, hier haben wir es, exakt 15. Und das ist etwas, wo wir einfach mal ein Stück weit skizzieren können, wohin die Reise hier gehen kann. Wenn wir praktisch vom heutigen Level ausgehen, oder von diesem Widerstandslevel aus, mal nach unten eben hier die, der durchschnittliche Trade, 406 Pips. Der durchschnittliche Gewinn, 600. Das würde einer Bewegung entsprechen, die doch schon sehr fulminant hier, also wenn wir nur die Gewinn-Trades nehmen, anmutet. 607 Pips, das ist ein sehr, sehr ordentlicher Move in dem Kontext, die ist möglich. Ihr dürft auch nicht vergessen, das Währungspaar ohnehin sehr schwankungsfreudig. Hier sind Tageskerzen von 200 Pips nicht selten. Auf der Oberseite haben wir einen durchschnittlichen Verlust von 294. Das müssen wir auch hier entsprechend skizzieren. Dann werden wir dann auch deutlich über dem Widerstandslevel ausgebrochen. Also insofern eine interessante Konstellation, die aber hier, wie gesagt, einen vorteilhaften BIOS für eine Stärke des Neuseeland-Dollars aufweist. So würde das mal aussehen. Schar-technisch passt das, wie gesagt, ganz gut ins Bild. Wichtig, dass das Währungspaar hier nicht deutlich über 1,50 ausbricht. Dann sieht es im Prinzip gut aus. Und dann könnte sich das Währungspaar auch tatsächlich hier entsprechend nach unten bewegen. Die volle Range, wie gesagt, 600 plus Pips ist das eigentliche Ziel. Aber man muss auch davon ausgehen, dass hier sogar im Bereich der letzten Tiefs vom Dezember, Schrägstrich in den Lauf Ende November, Dezember rein, hier sozusagen auch schon Gewinde gesichert, Schrägstrich Teilgewinne mitgenommen werden könnten. Denn, wie gesagt, der Jahreswechsel ist ja auch da immer relativ dünn beseelt in Sachen Umsätzen. Aber das ist schon mal hier der Plan. Sieht, wie gesagt, ganz interessant aus, finde ich. Insofern habe ich Ihnen das Setup heute mal mitgebracht, inklusive der schar-technischen Beschau. Hier, wie gesagt, auch nochmal Widerstandslevel definierbar. Also hier haben wir schon ein paar Hürden auf der Oberseite. Wenn er da drunter bleibt, sieht das mal gar nicht so schlecht aus. Euro-Neuseeland-Dollar, also hier mit einem Short-Setting. Und ganz kurz, britisch-fund-US-Dollar hat hier ähnliche Parameter. Wie gesagt, das Setup von damals vom 14.12. ist weiter gültig. Stop ist sozusagen auch nicht gefüllt, auch hier aktuell der Widerstandsbereich. Und jetzt haben wir hier 19 Jahre mit 16 Erfolgsjahren. So entspricht hier natürlich einer besseren Trefferquote. Gab auch hier zwei Verlierer in Folge schon mal. Dennoch hier zuletzt eben ein erfolgreiches Jahr. Hier, das waren die zwei Verlierer 2012-2013. Grundsätzlich aber auf der kurzfristigeren Ebene, Sie sehen es ja, hier haben wir ein Level gehabt, das praktisch von, machen wir das mal hier mit dem Fall mal grob. Also knapp 5 Prozent, 800 Pips waren hier sozusagen auf der Südseite zu erwarten. Hier geht es jetzt im Speziellen, Sie haben es gerade gesehen, um nicht gar so eine starke Bewegung. Durchschnittliche Gewinn 270 Pips gegenüber 134 beim Verlust. Das heißt hier praktisch bis zum 26.12. wäre dieses Setting hier transportabel. 26.12. hier entsprechend das Finish. Und auch die Parameter auf der Nordseite natürlich hier etwas weniger aggressiv. Das waren 134. Wäre aber auch dann über dem Widerstand praktisch hier in dem Bereich. Das wäre das Risiko. Und die Chance sozusagen bei 270 Pips knapp 269 hier praktisch auf dem Weg gegen Süden. Das ist sozusagen die Alternativoption. Sieht wie gesagt nicht uninteressant aus und durchaus auch möglich hier, wenn es denn zum Beispiel hier während der kurzfristigen oder des kurzfristigen Setups weiteres Momentum gibt, dass der Markt dann tatsächlich auch hier den eigentlichen Bias aufhängt, der übergeordneten Analyse vom 14.12. Wichtig ist, dass das Währungsprojekt hier nicht nach oben rausläuft. Wenn das gelingt, sieht es eigentlich ganz gut aus für das britische Fund. Besser gesagt schlecht für das britische Fund. Ganz gut für den Neuseeland-Dollar. Ergo fallende Preise für das britische Fund Neuseeland-Dollar. Und jetzt müssen wir aber auch hier nochmal kurz auf den Newsflow schauen, meine lieben Zuschauer. Aber wir haben ja Dienstag zum einen auch hier Einzelhandelsumsätze zu erwarten. Das müssen Sie beim britischen Fund immer berücksichtigen, dass hier jede Menge Action kommt. Aber ich sehe gerade hier die News der laufenden Woche halten sich in Grenzen aus Great Britain. Insofern hier eigentlich ein ganz guter Bias für den seasonal Charakter ohne Steuerfeuer. Was wir heute Abend haben, ist hier nochmal das Handelsbilanzsalto. Wenn es da eine Überraschung geben könnte, dann hätten wir hier natürlich auch ein Bias für den Neuseeland-Dollar. Dann auch hier, das ist genau wichtig, gibt es in den nächsten Tagen auf jeden Fall nicht viel vom britischen Fund, aber vom Neuseeland-Dollar. Und wenn es hier positive Überraschungen gibt, zum Beispiel BIP Q3 zuletzt 0,9, Prognose 0,8. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen positiven Bias hinlegen, dann wäre das sicherlich eine freudige Überraschung für den Neuseeland-Dollar. Also bleiben Sie gespannt. Ich denke, es gibt hier durchaus Möglichkeiten. Auch wenn ein Stück weit Exotik, nichtsdestotrotz hoffe ich, es hat Ihnen gefallen. Zuletzt auch einige Daumen hoch bei YouTube. Das freut mich auf jeden Fall. Insofern kriegt man auch mal direkt Feedback, wie das von Ihnen so aufgenommen wird, was wir hier darstellen. Insofern freue ich mich und wir werden das auch weiter fortsetzen im neuen Jahr. Und auch natürlich gerade unter dem seasonal Charakter sehr wahrscheinlich ausbauen. Auch auf Indizes und Aktien. Rohstoff wäre sowieso mit dem Forex vereint. Insofern wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen erfolgreichen Dienstag. Kommen Sie gut in den Tag. Viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Und auf bald, Ihr Christian Kemmerer. Und tschüss. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020